Der erste Brief an die Korinther mit einer anschließenden Betrachtung von John Nelson Darby, Kapitel 2 Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kann mich nicht nach Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit euch das Zeugnis Gottes verkündigen. Denn ich hielt nichts dafür, etwas unter euch zu wissen, als nur Jesum Christum und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und in vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt war nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, auf das euer Glaube nicht beruhe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, nicht aber Weisheit dieses Zeitlaufes, noch der Fürsten dieses Zeitlaufes, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, welche Gott zuvor bestimmt hat vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit, welche keiner von den Fürsten dieses Zeitlaufes erkannt hat. Denn wenn dieselbe erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben, sondern, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch seinen Geist, Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiss, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. Also weiss auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, auf das wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind, welche wir auch verkündigen, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, mitteilend geistliche Dinge durch geistliche Mittel. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der Geistliche aber beurteilt alles, er selbst aber wird von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, der ihn unterweise? Wir aber haben Christi Sinn. In diesem Geiste war Paulus im Anfang zu den Korinthen gekommen. Er wollte nichts wissen als Christum. Beachten wir hier, dass Paulus nicht sagt, dass er nichts anderes wissen wolle, als dass Kreuz, wie manche und selbst Christen diese Stelle verkehrt anwenden. Er wollte nichts wissen als Christum, gegenüber der Philosophie, die unter diesen Heiden herrschte, und zwar Christum in der niedrigsten Gestalt, um den menschlichen Stolz zu zerstören. Ferner teilt uns Paulus mit, dass er unter denen, die in das Christentum eingeführt waren, Weisheit lehrte. Aber es war die Weisheit Gottes, geoffenbart durch den, der die Tiefen Gottes selbst erforscht. Der Missbrauch, der oft mit dieser Stelle getrieben wird, man führt sie ausserdem noch ungenau an, ist äusserst beklagenswert. Er wollte nichts wissen als Christum, und zwar Christum in seiner Demütigung und Erniedrigung, als den Gegenstand der Verachtung törichter Menschen. Die Rede des Apostels hatte nicht die fleischliche Anziehungskraft einer kunstvollen Beretsamkeit, sondern war der Ausdruck der Gegenwart und Wirkung des Geistes und der Kraft, die diese Gegenwart begleitete. Der Glaube der Korinther ruhte daher nicht auf schönen menschlichen Worten, die ein anderer, der noch bereter und klüger war, umstoßen konnte, sondern auf der Kraft Gottes, eine feste Grundlage für unsere schwachen Seelen. Gepriesen sei sein Name dafür. Dennoch gab es, wenn eine Seele einmal in der Lehre vom Heil in Christo unterwiesen und befestigt war, eine Weisheit, und von dieser Weisheit redet der Apostel. Es war nicht die Weisheit dieses Zeitlaufs, noch der Fürsten dieses Zeitlaufs, die mit all ihrer Weisheit zunichte werden, sondern die Weisheit Gottes in einem Geheimnis, ein verborgener Ratschluss Gottes, jetzt durch den Geist geoffenbart, den er nach seinem Vorsatz zu unserer Herrlichkeit gefasst hat, ehe die Welt war. Ein Ratschluss, den keine der Fürsten dieses Zeitlaufs mit all ihrer Weisheit erkannt hat. Hätten sie ihn erkannt, so würden sie nicht den einen gekreuzigt haben, in dessen Person alles erfüllt werden sollte. Der Apostel berührt den Gegenstand des Geheimnisses, weil er die Korinther wie Kinder nähren musste, nur um es der falschen Weisheit dieser Welt gegenüberzustellen. Aber die Art und Weise, wie diese Weisheit mitgeteilt wird, ist wichtig. Was niemals in das Herz des Menschen gekommen war, diese Stelle wird oft in dem Sinne angeführt, als ob die Dinge so groß seien, dass man sie nicht kennen könne, während sie eine Anführung aus Jesaja ist, um zu zeigen, dass das, was damals nicht gekannt sein konnte, als das Böse vorhanden war, und mit dem Menschen gehandelt wurde, nach dem, was er war, jetzt geoffenbart ist. Jetzt, wo der Mensch in der Person Christi, in der Herrlichkeit und der Heilige Geist herabgekommen ist, um uns zu zeigen, was dort ist. Christentum ist Nichtjudentum. Was niemals in das Herz des Menschen gekommen war, hatte Gott durch seinen Geist geoffenbart. Denn der Geist erforscht alles, selbst die Tiefen Gottes. Nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, kennt die Dinge, die noch nicht von ihm mitgeteilt sind. So kennt auch niemand die Dinge Gottes, ausser dem Geiste Gottes. Und diesen Geist Gottes hatten der Apostel und die anderen Werkzeuge der Offenbarung empfangen, die Dinge zu erkennen, die uns von Gott geschenkt sind. Dies ist die Erkenntnis der Dinge selbst in den Gefässen der Offenbarung. Nachher sollten diese Werkzeuge Gottes die Dinge mitteilen. Der Apostel tat das nicht mit Worten, die die Kunst des Menschen, sondern die der Geist, die Gott lehrte, mitteilend geistliche Dinge durch geistliche Mittel. Ich zweifle nicht daran, dass dies der Sinn der Stelle ist. Die Mittel waren von derselben Natur wie die Sache, für die sie angewandt wurden. Die Mitteilung war ebenso wohl durch den Geist wie die mitgeteilte Sache. Doch etwas fehlte noch, wenn auch andere diese Offenbarung besitzen sollten, nämlich die Aufnahme der Mitteilungen. Diese Aufnahme erforderte gleichfalls die Wirksamkeit des Geistes. Der natürliche Mensch nahm sie nicht an und sie werden geistlich beurteilt. Die Quelle, das Mittel der Mitteilung, die Aufnahme alles war von dem Geiste. So beurteilt der geistliche Mensch alle Dinge. Er selbst aber wird von niemandem beurteilt. Die Kraft des Geistes in ihm macht sein Urteil wahr und richtig, verleiht ihm aber zugleich Beweggründe und bewirkt einen Wandel, die beide für denjenigen, der den Geist nicht hat, unverständlich sind. So einfach dies alles ist, könnte es doch nichts Wichtigeres geben als diese Unterweisung.